Im Orient gibt's ein Lokal, das Café Orenthal. Jeder Scheich war schon einmal im Café Orenthal. Das Café ist ein Magnet, dort gibt's Frauen ohne Stahl. Und wer sowas sucht, der geht ins Café Orenthal. Nein, 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 nein... Nein, 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 nein... Eine war besonders schön im Café Orenthal, Sie sah aus wie die Lorraine im Café Orenthal, denn ich war ihr Dich und die, sie war schlank und so schmarr. Und war braun wie der Kaffee im Kaffeeholenthal. Nein, 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 nein. Leision mit aufgezugt im Kaffeeholenthal war es hier um ein Rondegum im Café-Johretal. Auf ein Schöne-Miranel flog ich raus aus dem Zeit. Denn ihr Mann war der Portier im Café-Johretal. Le, 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 le. Weil ich so gerne bin im Café-Johretal, gehe ich morgen wieder hin ins Café-Johretal. Und lasse ich dann eine an, ja, das war ich's die erste Mal. Sagen Sie, haben Sie einen Mann im Café-Johretal? La 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 La, La 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 La. Das ist ein schönes Schaum, wie ich bin, Olliental.